Vorlage in Vorbox Hochschule Trägerfee Die Johannes Gutenberg Universität Mainz ist eine Universität in der Rheinland-Pfälzischen Landeshauptstadt, Mainz. Mit rund 37.000 Studenten an etwa 150 Instituten und Kliniken gehört sie zu den zwölf größten Universitäten in Deutschland. Seit einer Strukturreform zum 1. September 2010 ist die Universität in zehn Fachbereiche gegliedert. Die JGU wurde nach dem Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern Johannes Gutenberg benannt. Geschichte 1477 zu 1823 Die erste Mainzer Universität geht auf den Mainzer Erzbischof Kurfürst und Reichsherrskanzler Adolf II. von Nassau zurück. Die Gründung einer Universität musste damals vom Papst approbiert werden und Adolf II. hatte einen entsprechenden Genehmigungsprozess während seiner Amtszeit in die Wege geleitet. Papst Sixtus IV. genehmigte am 23. November 1476 die Errichtung der Hochschule. Eröffnet wurde die Universität aber erst 1477 von Adolfs Nachfolger auf dem Bischofstron Dieter von Isenburg. Als der Neubau des Universitätsgebäudes 1615 bis 1618 erfolgte, war die Universität unter der Leitung des Jesuitenordens. Kurfürst und Erzbischof Friedrich von Ertal versuchte, die Universität zu reformieren. Um die finanzielle Situation der Universität zu verbessern, löste er 1781 die Mainzer Klöster Altmünster, Reichklara und Kathause auf und übergab das Klostervermögen der Universität. 1790 kam es zum Mainzer Knotenaufstand als von den Studenten provozierte Handwerker die Studenten und Organe der Universität angriffen. In den Wirren nach der Gründung der Mainzer Republik 1792 und deren Niederschlagung durch die Preußen kam es zu einem allmählichen Erliegen des Lehrbetriebs. 1798 wurde die Universität unter französischer Herrschaft offiziell aufgehoben. Lediglich eine Grande Ecole in Form einer Ecole Special D-Medicine sollte beibehalten werden. So fanden bis 1823 in der medizinischen Fakultät noch Vorlesungen statt. Die heute existierende Johannes Gutenberg Universität Mainz wurde 1946 von der französischen Besatzungsmacht gegründet. Raymond Schmidlein, Leiter der Kultur- und Erziehungsabteilung der französischen Militärregierung, war einer der maßgeblichen Betreiber dieser Wiederbegründung. Durch das Dekret der französischen Militärregierung am 1. März wurde die Kontinuität der Mainzer Universität impliziert. Die Universität wurde ermächtigt ihre Tätigkeit wieder aufzunehmen. Als erste Universitätsgebäude dienten die auch heute noch im Gebrauch befindlichen Reste einer Luftwaffenkaserne, die 1938 nach der Remilitarisierung des Rheinlandes während der Zeit des Nationalsozialismus errichtet worden war. Am 15. Mai 1946 nahm die nun Johannes Gutenberg Universität Mainz genannte Hochschule unter dem Leitspruch Un omnis unum sind, dass alle eins seien, den Lehrbetrieb auf. Die Kontinuität zwischen alter Universität und Johannes Gutenberg Universität Mainz ist wegen der Unterbrechung des Lehrbetriebes von über 100 Jahren strittig. Mit der Gründungsurkunde in der ausdrücklich die Wiederaufnahme der Tätigkeit gestattet wird, begründete der Generalverwalter der französischen Militärregierung in Baden-Baden die umstrittene Kontinuität der Mainzer Universität. Begründet wird die Kontinuität besonders damit, dass die alte Universität nie förmlich aufgelöst wurde und weil der 1781 gegründete Mainzer Universitätsfonds von staatlicher Seite stets als Universitätsvermögen anerkannt wurde. Die Stiftung Mainzer Universitätsfonds, deren Erträge in vollem Umfang an die Johannes Gutenberg Universität in Mainz fließen, umfasst bis heute Wohnungen, Häuser und Erbbaurechte sowie 850 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche in Form von Ackerland und Weinbergen. Damit gehört die Stiftung zu den bedeutendsten Großgrundbesitzern in Rheinland-Pfalz. Lediglich das Priesterseminar und eine Hebammenlehranstalt bestanden in der Zeit bis zur Wiedereröffnung fort. Nach 1946 im Jahr 1950 wurde das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik gegründet. Seit der Wiedereröffnung der Universität widmete sich Fritz Strassmann dem Aufbau des Instituts für Chemie und des MPI für Chemie, das aus dem Umzug des vormaligen Kaiser Wilhelm Instituts für Chemie in Berlin nach Mainz entstand. 1956 wurde das MPI für Chemie von Otto Hahn eingeweiht. 1967 nahm Otto Hahn den Forschungsreaktor Mainz in Betrieb, der als Forschungsneutronenquelle dient. 1972 schlug sich die Wirkung der 68er-Studenten-Proteste auch in der Struktur der Universität Mainz nieder. Die Fakultäten wurden aufgehoben und die Universität in Fachbereiche gegliedert. 1973 wurde im Zuge der Hochschulreform und der Neugliederung der Universität in Fachbereiche das Auslands- und Dolmetscherinstitut in Gämmersheim, sowie die Hochschulinstitute für Kunst, Musik und Leibesübungen in die Universität eingegliedert. 1974 wurde schließlich Peter Schneider zum ersten Präsidenten der nun als verfasste Gruppenuniversität organisierten Hochschule gewählt. 1979 wurde die erste Beschleunigerstufe des Elektronenbeschleuniger-Mami am Institut für Kernphysik in Betrieb genommen, nachdem vier Jahre zuvor die Entstehung eines solchen Rennbahn-Mikrotrons auf dem Campus der Universität beschlossen wurde. 1990 wurde die Stufe B des Elektronenbeschleuniger-Mami nach zehnjähriger Umbau- und Entwicklungszeit in Betrieb genommen. 1990 wurde Jürgen Zöllner Präsident, er blieb jedoch nur ein Jahr im Amt und wurde dann Minister für Wissenschaft und Weiterbildung des Landes Rheinland-Pfalz. Als Koordinator der SPD für Hochschulpolitik spielte der beurlaubte Professor des Institutes für Physiologische Chemie eine entscheidende Rolle in der Hochschulpolitik der SPD und bei der Entwicklung der Studienkonten. 2002 wurde die Johannes Gutenberg-Universität Mainz für ihre besonderen Reformergebnisse als Best-Practice-Hochschule durch das Zentrum für Hochschulentwicklung ausgezeichnet. Im Jahr 2004 kam die Universität durch die europäischen und amerikanischen Mars-Missionen Mars Express Beagle 2 und Opportunity Spirit in die Schlagzeilen, da zwei der wichtigsten Analysegeräte an Bord aus Mainz stammten, seit einer Strukturreform zum 1. Januar 2005 ist die Universität in elf Fachbereichen organisiert. 2006 wurden im Rahmen der 1960-Jahrfeier zur Wiedereröffnung der Universität erstmals goldene Primotions-Urkunden an die noch lebenden Promoventen, der Jahre 1947 bis 1956 verliehen. Die allererste Promoventin war eine Zoologin, die bei Wolfgang von Buddenbrock promovierte. Weiterhin wurde die aktuelle vierte Stufe C des Elektronenbeschleunigers MAMI nach mehrjähriger Umbau und Entwicklungszeit am Institut für Kernphysik für Experimente in Betrieb genommen. Im Juni 2009 wurde das Helmholtz-Institut Mainz als Gemeinschaftsprojekt zwischen der Universität und der GSI Helmholtz-Zentrum für Schwere Ionenforschung in Darmstadt gegründet. Gegenwart Heute hat die Johannes Gutenberg-Universität Mainz rund 37.000 Studenten und besteht aus mehr als 150 Instituten und Kliniken. Beim Erasmus-Studentenaustausch stand die Universität 2007 an erster Stelle, belegt seitdem bezüglich der absoluten Zahl der Austauschstudierenden im bundesweiten Vergleich deutscher Hochschulen Spitzenplätze und hat mit 15 Prozent, nach eigenen Angaben den höchsten Anteil ausländischer Studenten. Sie erhielt mehrfach das europäische Qualitätssiegel für besondere Verdienste im Erasmus-Programm. Das Fächerspektrum ist fast vollständig, es fehlen lediglich die technischen Fächer, die Tiermedizin und Ernährungswissenschaften. Stattdessen kann man Buchwissenschaft, Sportwissenschaft, Anthropologie, Musik, Bildende Kunst sowie Theater- und Filmwissenschaft studieren. Die Fächervielfalt resultiert in einer Vielzahl von Hochschulgruppen, vom Debattierclub über studentische Unternehmensberatungen bis unter Wasser-Rugby. Für Seniorstudenten, Gasthörer und Studenten von Aufbaustudiengängen fallen bereits jetzt Studiengebühren an. Vom Ministerium für Wissenschaft und Weiterbildung wurden die von Professor Zöllner Miet entwickelten Studienkonten bereits im Wintersemester 2004-2005 eingeführt. Bei Überziehen des Studienkontos fallen in der Übergangszeit pauschal Studiengebühren von 650 Euro pro überzogenem Semester an. Die Studienkonten erlauben ein kostenfreies Erststudium innerhalb des 1,75-fachen der Regelstudienzeit. In einem zweiten Schritt sollen die Konten zukünftig nach tatsächlich verbrauchten Studienzeiten abgebucht werden. Ob der enorme Verwaltungsaufwand zur tatsächlichen Verbesserung der Studienbedingungen führt, ist nach wie vor umstritten. Messbarer Erfolg ist ähnlich wie bei der Einführung von Langzeitstudiengebühren in anderen Bundesländern der Rückgang der nominell eingeschrieben. Studenten Ob durch die Maßnahme tatsächlich weniger Lehrleistung an der Universität abgefragt wird, oder letztlich nur Karteileichen aus den Akten des Studierendensekretariates entfernt werden, ist durch die dezentrale Organisation der universitären Lehre nicht nachweisbar. Mit dem Thema Zeitreise ist die Universität Veranstaltungspartner der Stadt Mainz zum Treffpunkt der Wissenschaft im Wissenschaftsjahr 2009. Seit 2008 ist die Chefredaktion des Management International Review an der Johannes Gutenberg Universität beheimatet. Die Böhringer Ingelheim Stiftung hat der Universität Mainz Gelder in Höhe von 150 Millionen Euro gespendet, welche U.A. für den Aufbau eines Instituts für molekulare Biologie verwendet wurden. Die Verträge dazu wurden nicht veröffentlicht, laut Universität sollen diese aber mittelfristig auf der Internetseite der Stiftung abrufbar sein. Die Johannes Gutenberg Universität Mainz ist seit dem 1. September 2010 in zehn Fachbereiche gegliedert. Katholische Theologie und Evangelische Theologie Sozialwissenschaften Medien und Sport Rechts- und Wirtschaftswissenschaften Universitätsmedizin Philosophie und Philologie Translations Sprach- und Kulturwissenschaft Geschichts- und Kulturwissenschaften Physik, Mathematik und Informatik Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften Biologie Dazu kommen die Hochschule für Musik und die Kunsthochschule, die als eigenständige künstlerische Hochschulen Teil der Johannes Gutenberg Universität Mainz sind. Siehe auch, das Studierendenparlament der Johannes Gutenberg Universität setzt sich aus 35 Studierenden zusammen, die einmal im Jahr von und aus der Studierendenschaft herausgewählt werden. Dem Studierendenparlament liegt das Haushaltsrecht über die Finanzen der verfassten Studierendenschaft inne. Dieser Haushalt umfasst etwa 21 Millionen Euro und wird vor allem zur Finanzierung des Semestertickets verwendet. Darüber hinaus fasst das Studierendenparlament Beschlüsse politischer und anderweitig inhaltlicher Art, um die Studierendenschaft gegenüber der Öffentlichkeit oder anderen Organen der Universität zu vertreten. Außerdem erfüllt das Studierendenparlament die Aufgabe der parlamentarischen Kontrolle des Allgemeinen Studierendenausschusses in Form von Anfragen. Durch die Fraktionen, auch werden die Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschuss sowie der Ständigen Ausschüsse der verfassten Studierendenschaft vom Studierendenparlament gewählt. Diese sind der Haushaltsausschuss, der Revisionsausschuss, der Satzungs- und Wahlausschuss, der Wahlausschuss. Die letzte Wahl zum Studierendenparlament fand vom 9. bis 12. Juni 2015 statt. Ergebnisse der Hochschulgruppen Der Allgemeine Studierendenausschuss der Johannes Gutenberg Universität wird von späteren Nachwahlen einzelner Personen abgesehen, auf der konstituierenden Sitzung des Studierendenparlaments gewählt. Eine Ausnahme bilden die Mitglieder der Autonomreferate, die ihrerseits von Personen aus den betroffenen Gruppen innerhalb der Studierendenschaft gewählt werden. Der AStA setzt sich aus dem Vorsitzenden, dessen Stellvertretung sowie Referenten und Referentinnen in diesen Arbeitsbereichen zusammen. Finanzen, Hochschulpolitik, Kultur, Ökologie, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, politische Bildung, Studierendenwerk, Soziales, Verkehr. Die Johannes Gutenberg Universität Mainz war eine von 39 Universitäten, die sich in der Exzellenzinitiative des Bundes beworben hatten. Zwar war das Zukunftskonzept The Gutenberg Spirit, Moving Minds Crossing Boundaries in der Initiative nicht erfolgreich. Der Exzellenzcluster Precision Physics, Fundamental Interactions and Structure of Matter und die Graduierten Schule Materials Science in Mainz bekamen jedoch Fördermittel in Höhe von 50 Millionen Euro bewilligt. Im Shanghai Academic Ranking of World Universities wurde die Universität Mainz 2013 im Vergleich der Universitäten auf den 12. Platz in Deutschland gewählt. Im Leiden Ranking 2013 und 2014 befindet sich die Universität Mainz in allen Kategorien unter den 20 besten Universitäten in Deutschland. Im QS World University Rankings 2014 wird die Universität Mainz in den Fächern Physik, Chemie und Pharmazie zu den besten 101 zu 150 Universitäten der Welt gerechnet. Im Gesamtbereich Naturwissenschaften steht sie weltweit auf Rang 124. Im CE Hochschulranking 2014 belegte die Universität Mainz im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften in Deutschland insgesamt den fünften Platz. In vier von fünf Kategorien wurden Spitzenpositionen erreicht. Bezüglich der Studienbedingungen liegt die Universität Mainz auf dem ersten Platz in Deutschland. Beim Master CE Ranking des Studiengangs Wirtschaftswissenschaften belegt die Universität den ersten Platz in Deutschland. Mit Isabel Schnabel ist die Universität zudem im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung seit 2014 vertreten. Wie bereits bis 2012 mit Beatrice wieder die Mauro. 2012 gehörte die Universität zu den Gründern der German U15, 15 großen forschungsorientierten und medizinführenden Universitäten in Deutschland, die gemeinsam ihre Interessen in diesem Bereich wahrnehmen wollen. Besonderheiten Campus Universität Die Johannes Gutenberg Universität Mainz ist eine Campus Universität. Beinahe alle Institute und Einrichtungen sind auf einem ehemaligen Kasernengelände im Südwesten der Stadt untergebracht. Außerhalb des Campusgeländes befinden sich die Universitätsklinik sowie der 1973 eingegliederte Fachbereich Translations, Sprach- und Kulturwissenschaften mit Sitz in Gemmersheim. Verschiedene kleinere Institute und Einrichtungen sind aus unterschiedlichen Gründen außerhalb des Campus untergebracht. So hat das journalistische Seminar seinen Sitz in der alten Universität neben dem Mainzer Theater. Das Institut für Vor- und Frühgeschichte ist samt Bibliothek in einem historischen Gebäude am Schillerplatz untergebracht. Auch die Studiengänge Filmwissenschaft und Mediendramaturgie sowie die medienpraktischen Veranstaltungen der Publizistik. Aber auch das Fernsehprojekt Campus TV sind nicht auf dem Campus untergebracht, sondern mit Videothek und Bibliothek im Medienhaus in der Wallstraße. Seit 2009 befindet sich das Institut für Psychologie zusammen mit der Polyklinischen Institutsambulanz für Psychotherapie in einem Gebäudekomplex in der Bingerstraße bzw. in der Wallstraße. Auf dem Universitätsgelände befinden sich außerdem der Elektronenbeschleuniger MAMI und der Forschungsreaktor Mainz, der Botanische Garten sowie ein Sportstadium samt Hallenbad. Einmalig in der bundesdeutschen Hochschullandschaft ist die Integration der Hochschule für Musik, der Kunsthochschule und der Sports in eine Universität. Hierzu gehört auch die Integration von katholischer Theologie und evangelischer Theologie in einem Fachbereich. Jedoch bilden die beiden Fächer weitgehend eigenständig agierende Fakultäten. Neben der Universität sind auf dem Campus auch das Max-Planck-Institut für Chemie und das Max-Planck-Institut für Polymerforschung untergebracht. In direkter Nachbarschaft zum Universitätscampus befindet sich ein Campus der Hochschule Mainz. Hauptartikel Die Universität Mainz verfügt über eine Zentralbibliothek, sechs Fachbereichs- bzw. fakultätsübergreifende Bereichsbibliotheken sowie etwa 30 Fachbereichsbibliotheken als dezentrale Präsenzbibliotheken und eine Frauenbibliothek, die von den Studenten selbst verwaltet wird. Der Bestand umfasst derzeit etwa 4 Millionen Medien. Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz kann seit 2007 eine weitere Besonderheit in der deutschen Unilandschaft aufbieten. Sie ist die erste Universität, die ein Internet-TV-Programm produziert, das ausschließlich Service bieten will. Dieses ist auf Studenten zugeschnitten, die neu an der Universität studieren und nennt sich ersti.tv. Das Projekt wird von einer studentischen Initiative betrieben. Im Jahr 2012 wurde der Supercomputer Mogon in Betrieb genommen. Mit einer Leistung von 287 Teflops gehört Mogon zu den leistungsstärksten Computern der Welt. Er belegt im weltweiten Ranking Platz 264 und deutschlandweit Platz 6 der schnellsten Computer. Vorrangig wird er für die Fachbereiche Physik, Mathematik, Biologie, Medizin und Geowissenschaften genutzt. Seit 2002 existiert der Debattierclub Johannes Gutenberg der Universität. Er zählt heute zu den größten und erfolgreichsten deutschsprachigen Debattierclubs. Es gelang dem DCJG zweimal den Titel des Deutschen Meisters und viermal den des Deutschen Vizemeisters zu gewinnen. Damit ist er der bislang erfolgreichste Club bei der Deutschen Debattiermeisterschaft. Die Universität Mainz gehörte zu den ersten Universitäten in Deutschland, welche seit dem Jahr 2004 die elektronische Klausur einführten und gilt bundesweit als Vorreiter auf diesem Gebiet. Mittlerweile werden 25% aller Klausuren elektronisch geschrieben. An der Johannes Gutenberg Universität gibt es mehrere internationale integrierte Studiengänge, bei denen neben dem Erwerb des deutschen Studienabschlusses auch mindestens ein ausländischer Abschluss vergeben wird. Schwerpunktmäßig sind die binationalen Studiengänge Mainz-Dion in den Geistes- und Kulturwissenschaften, der trinationale Master in European Studies und die Beteiligung der Mainzer Universität am Joint-Degree-Programme Soziolinguistics and Multilingualism zu nennen. Gemäß 50 der amtlichen Regelung der deutschen Rechtschreibung wäre der Name der Universität mit zwei Bindestrichen zu schreiben. Johannes Gutenberg Universität Mainz Für diese Hochschule wurde aber abweichend davon die Schreibweise mit nur einem Bindestrich amtlich festgelegt. Johannes Gutenberg Universität Mainz So wird sie u.a. auch im Hochschulgesetz des Landes Rheinland-Pfalz I bezeichnet. Rektorin und Präsidenten